Gut, wie versprochen melde ich mich jetzt wieder hier bei der Tankstelle angekommen und gehe jetzt mit euch gemeinsam mal kurz hinein. Warum mache ich das? Weil ich der Höflichkeit halber auch fragen möchte, ob es in Ordnung ist, wenn ich hier ein bisschen Luft hier nehme. Und dann zeige ich euch auch ganz genau, wie ich vorgehe, damit sich wirklich jeder damit auskennt. Hallo, darf ich kurz Luftdruck messen? Danke, alles bestens. Kriegen wir hin. Wunderbar, danke schön. Ja, das war einfach so ein Höflichkeitsfragen dazu und jetzt gehe ich gleich direkt über und zeige euch mit meiner Kamera, wie ich beim Luftdruck messen vorgehe.